Resident Evil 5 Wir spielen dem DLC eine verzweifelte Flucht, und dafür schicke ich dir jetzt eine Einladung, weil wir uns in den DLC haben. Bei diesem DLC hat man sich so ein Menü gespart, wo beide auf bereit klicken müssen. Deswegen mache ich das jetzt live in der Aufnahme. Wir sind immer noch geschlechtsorgananregend geflasht von unserer Superleistung im letzten Kapitel. Mit sagungen wo um den 10 Tonnen. Und hoffen, dass es jetzt genauso schlecht läuft. Und nach dem letzten Durchgang so vor, war das 3-4 Monaten oder so. Ja, das war klar, ne? Ich bin da durchaus zuversichtlich, dass wir angeregt das schaffen. Ja, besonders mit dem Fortschreiten dieses DLCs. Jill! Jill! Wieso? Diese... ... Katzin kennt ihr mit Sicherheit noch? Oh, Chris! Ich bin sehr entschuldig. Es ist okay. Du bist Sheva, oder? Ich bin sehr entschuldig. Oh, Alter, aber richtig nervig, Alter. Das ist da ganz raus. Oh, mein Gott. Ich war so schwer. Siehst du das? Ja, klar. An der rechten Brust. Danke. Das zieht bestimmt von draußen ordentlich durch, du. Ja, das ist... Die Kamera muss wieder tiefer, dann sieht man das... Dann sieht man das da. Die hat harte Nippel, die Leute. Da sieht man's jetzt nicht mehr. Da ist die Falte auf einmal weggebügelt. Das ist deine einzige Chance. Wenn er zufrieden wird, Ouroboros wird über den Welt. Ja, Ouroboros wird über den Welt. Ja, ich bin gut. Du musst ihn verhören. Für eine komplett globale Masturbation. Chris, du bist das einzige, was du kannst. Bevor es zu früh ist. Hast du nicht deinen Partner vertraut? Nein. Okay. Ja, kein Chris. Keine Sheva. Ja. Damit spiel ich jetzt alleine mit Jill. Ich steuere die linke Hälfte und du die rechte. Ja. Du die rechte, halte ich das linke Unterbein. Genau. Ihr könnt ja nochmal zurückspulen. Ja, dann könnt ihr sehen, Sheva hatte in der einen Kameraeinstellung harte Nippel. Ganz eindeutig. In der ersten gleich. Ja. Wenn wir hier Zero Suit Jill kollabieren sehen. Ja. Und das war's auch schon. Hab leider vergessen den Quicktime Event da. Ja. Oh, was geht? Wer ist das? Chris hat den Michael Jackson gemacht. Den umgedrehten. Warte einen Moment. Du bist Jill Valentine. Wer bist du? Ja. Er ist halt auch ein ziemlicher Jagdhund. Wie man gleich sehen wird. Ein Spieler ist das. Ja. Ein Player. Ich muss dir sagen. Ich habe nie gedacht, dass ich die Chance hätte, dich zu treffen. Ja. Also was machen wir hier? Ich bin mit Konrad, Sheva und Chris. Ja. Da werden sie sich gedacht haben, Hauptsache überhaupt ein Refrain würde ich schon sagen. Ein Akzent. Ich bin sicher. Du weißt, wo sie gehen. Hauptsache klingt nicht amerikanisch. Ja. Wir können doch ein Araber sein oder so. Hätten sie auch Van Damme nehmen können. Ja. Ich gehe zum Helikopo. Ich gehe nach Sheva. Hast du noch Platz für eine andere? Es gibt immer noch Platz für eine schöne Frau. Ich denke, du sagst das zu all den Mädchen. Du kannst nicht mehr machen. Komm mal. Los geht's. Boah. Alter Schwede, jetzt ist nur noch Essig unten in der Schale. Das schmeckt ja nicht gut. Essig, Essig nicht so gern. Ne. Lassen wir das mal. Essig is a pain in the ass. Ne, it's a pain in the ass. Ich hab den doch stoppen gemeldet. Ja, jetzt sind wir quasi an der Stelle, wo wir in Shine's Original Walkthrough auf den großen Öltanker kamen. Ja. Obwohl du dich so ein bisschen länger geduckt hast. Ja. Ich hoffe, ich hoffe mal, das bleibt jetzt aus. Ja. Wäre gut, ja. Ja. Oh, da sind wir auch schon im Spiel. Da hier so minimal mehr Gegner kommen. Der Helikopter ist waiting on the other side of this mountain. Stohle. Ich hab da jetzt... Standard-Warspray. Usi 9mm. Und du hast... Du hast ein Erste-Hilfe-Spray. Ja. Und ich hab nichts. Aber Hauptsache 200 Schuss. Ich hab' die Granate geflogen. La Blenda Granata. Ich hab' diesmal so im Urin eine gute Idee, wir sollten uns hier nach Rossmolz. Ja, das ist eine fantastische Idee sogar. Vor allen Dingen sollten wir versuchen, viel Munition zu finden. Sonst wird der Rest des Kapitels up and in the ass. Up and in the ass. Man richtiger. Ja. So, ich hab' den Schlüssel gefunden. Ich geh' da ein Stück weiter kommen. Vielleicht solltest du dich dort unten noch umsehen. Das mach' ich gerade. Denn da sollte... Da drin war ich schon. Da warst du schon drin. Da war der Schlüssel. Das hört sich nach einer Explosion an. Ja, genau. Oh nein, Blendgranaten. Was soll ich denn damit? Hallo, gibt's hier auch was nützliches? Schau. Ich hab' den... Ich hab' den... Hura-Gura-Schlüpft. Ich hab' den... Hura-Gura-Schlüpft. Ja, voll. Da haben wir schon mal eine Waffe. Aber das ist wieder eine, die mich nicht so sonderlich weiterbringt. Scheiße! Boah, und fast hätte mich diese Scheiß viel gefressen. Wie hilft die Blendgranate überhaupt nicht? Ja, ich bin gerade dabei. Ja, ich kann doch von denen gefressen ist wieder nachgeschoben. Ah! Mother! Alter, cool! Alter, ich hab'n Spear-Teckel gemacht! Ja! Ich hab's leider nicht gesehen. Aber ich kann die hier noch 8 Uhr mit Scharfschützen gehen. Ich kann die hier... paar Meilen. Ich hab' nur eine Zone für die. Sehr gut. Ja, ich weiß nicht. Scharfschützen gehen... Ich wäre... ...froh, wenn wir eher nur ne Schrotflinte finden würden. Das wäre so leicht praktischer. Wollen wir hier weiter, oder? Ich glaube... Denk ich nämlich auch. So, was auch. Achso! Auch ich ja gar nicht. Ähh, ich geb dir hier mal... ...wenn wir den weg haben, Sprunghilfe. I need work! Tiger! Wapper! So, vielleicht findest du ja da irgendwas? Gegner Naja, die findest du ja immer Ja, ich müsste auch dabei sagen, wenn hier nicht abstehen kommen Oh! Da kommen eigentlich immer unendlich Gegner Ja, die kommen auch nicht zu knapp Scheiße, ich kann hier grad nicht füllen Ah, pass schon Ich pass schon Oh! 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 Ah, das war's Mach ich da mal die Tür nicht Oh shit Oh! Auf letzte Rille gerettet Von Raketen, das war man hier Oh! Bitte jetzt ne Waffe ey! So, jetzt haben wir zwei Sekunden Ruhe Ja, da bin ich ja hergekommen Ach so, da ist der, fällt so runter Ja Sonst hier in dem Abschnitt war nichts mehr Ey, wenn da nur, da kann da nur was oben sein Äh, wo du... Hey, da oben, konnte ich nur über diese... ...Dinges da rüberspringen Aber sonst hab's mit Ja, dann... Können wir wirklich nur hoffen Ich weiß nicht, wenn wir jetzt in den nächsten Abschnitt kommen Ob du da... Ob man an dem Laster eventuell was kriegt oder so Oh! Vor allen Dingen, wie gesagt Sehr genial, liebe Leute Das du hier Scharfschützengewehr findest Was du fast nie benutzen kannst Weil hier viel zuviel Action ist Als dass du... Großartig aus der Entfernung oben drauf Ja, Alter Das ist ja gut für diese Typen Die gleich an die geschützt sind Wir sind hier Aber trotzdem Boah. Fuck, der Kopf derart Hehehe Hehehe Oh Magnum Munition, wäre schön wenn wir noch einer hätten Ja So hier oben war's, gab's Hier gab's irgendwo einen Stern Aber Hier noch, da kann ich noch hoch Ja Ich schau hier aber noch, wie ist das da Da hinten geht's zum Ende hin Oh, ich hab eine Pappkarte gefunden Oh geil, ja, super Das denk ich mal auch Alter, ihr Wichser Das ist das Beste, was du überhaupt finden konntest Oh ja, das fand ich meine Lieblingsplan gern, aber Ja, da müssen wir jetzt leider, leider, äh, Abstriche machen Oh Rakete Fuck Scheiße, wo bist du denn? Direkt neben dir Direkt neben dir Oh Oh Warte, den müssen wir erst noch platt machen Oh shit Ich hab jetzt auch die Welt Ich fresse die Ah, Fixer Jjjwôl, schön auberdropt du Spast Mh ne Ich hab hier auch noch ein bisschen Munition dann für dich Ach, jetzt weiß ich wo du den Pumpgang gefunden hast, stimmt, so ging das Ja, die Rekloten waren echt, da muss man echt schon Skill haben, um die zu übersehen Ja, haben wir letztes Mal anscheinend genug Skill von gehabt Ja Bist du wieder unten? Ja, da bist du, Gute Dann komm mal in den Raum rein, dann haben wir nämlich zu... Oh, scheiße Aber wir brauchen nur einen davon töten, glaube ich Die kommen auch unendlich, die Dicken Gut, dann hab ich noch Munition für dich, du auch für mich, das seh ich schon, das ist gut Scheiße Ja, das war krank Oh, ich hab ihn Oh, der ist ja explodiert Ja, den können wir jetzt benutzen und... Oh! Mit der Mist Ja, den können wir jetzt benutzen und... Oh! Hier irgendwo aus so nem Container raus hier Ja, ganz sicher Am an Ja, ich hab... Slipp an Ja, jetzt gehen wir langsam die Pistolenmunition aus Ja Oh, wo kommt der Arschenspieler her? Ja, das hier ist sowieso mit der gefährlichste Raum... Ja, das hier ist sowieso mit der gefährlichste Raum... Wenn wir hier drin sind, können wir kurz die Munition austauschen, weil wir hier Ruhe haben Ja, neuen Puh! Oh shit, hinter die! Hinter die! Hinter die! Hinter die! Oiff! Ich dachte, hier kommt keiner rein, verfickt Äh was war das denn? Ist die Granate explodiert? Er ist explodiert, die können doch explodieren, die Huren. Okay, auf in den nächsten Abschnitt, bevor wieder einer... Oh, scheiße. Was war denn das, ein Dicker wieder? Das war ein Gatlinger-Gun-Typ.